Du willst also ein Online-Business aufbauen? Okay. Veröffentliche tollen Content, platziere ein Opt-in-Formular am Ende vom Content-Piece, um E-Mail-Adressen zu sammeln und verschicke E-Mails mit einem Link zum Produkt, das die Leute kaufen können. Fertig. In einer herkömmlichen Anzeige würde ich dich auffordern, zum Beispiel zu kaufmahnejakulat.de zu gehen und deinen Shop auf einer einzigartigen All-in-One-Plattform einzurichten. Dann würde ich dir sagen, dass wir alle Tools haben, die du brauchst, um Produkte hinzuzufügen, dein Inventar zu managen, mehrere sichere Zahlungsarten bereitzustellen und mit individuellen Geschenkkarten und flexiblen Produktabos mehr Umsatz zu machen. Du kannst Kunden mit Treueprogrammen, E-Mail-Automatisierung und einem intelligenten Analyse der Sport an dich binden, würde ich danach sagen. Aber wenn du kluge Geschäftsentscheidungen treffen und dein Business mit einer soliden Grundlage beginnen willst, dann baue eine großartige Content-Library auf, sprich mit den Leuten auf deiner E-Mail-Liste und lass dein Unternehmen wachsen. Beginne mit Content, sammle die E-Mail-Adressen von Leuten, denen deine Inhalte gefallen und verkaufe im Backend per E-Mail. Starte dein Online-Geschäft noch heute. Aber gehe nicht zu kaufmein-ejakulat.de, denn die Website gibt es nicht.